ARD Text im Auftrag von Funk Danke vielmals. Danke. Ich bin der Zuckihund. Meine Hobbys sind Tanzen, Reiten, Lesen, Drogen und Pilates. Und ich möchte euch etwas über Hunde erzählen. Das Coole an uns Hunde ist nämlich, wir sind so dumm. Und es ist so cool, wenn du so dumm bist und du denkst über nichts an und du freust dich über die kleinsten Sachen. Was? Wir gehen im Park! Nein, wie geil! Park, Park, Park! Park, Park, Park! Oh Mann, Mensch! Du bist mein allerliebster Mensch! Ich liebe dich so fest, Mensch! Dann so im Park. Wow, Busch! Wow, Weg, Sonne, Wissen! Wie geil! Oh mein Gott! Ist das ein Eichhörnli? Halt, ein Eichhörnli! Ich habe ein Eichhörnli gesehen! Juhu! Eichhörnli! E-I-C-H! E-R-N-N-P! Eichhörnli! E-I-C-H! E-R-N-N-P! Whatever! Nein! Alter! Ist das ein... Ich habe ein fucking Stöckli gefunden! Ja! Das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben, Mann! Ich habe ein Stöckli gefunden! So schön! Ich habe ein bisschen... Riesstöckli! 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 Ries fucking Stöckli! Aber es ist nicht so, dass wir Hunde nicht auch traurig sein könnten. Ich habe dann leider mein Stöckli nicht mehr gefunden. Riesstöckli! 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 Habe ich so? Wer bin ich? Bin ich überhaupt? Ist das Universum unendlich? Steuererklärung? Nehmt mir mein Selfie auf Facebook? Darum sind einmal, liebe Menschen, sind einmal öfters dumm. Hä? Nicht SVP-Dumm. Nicht Doni Brunner-Dumm. Nicht Sepp-Platter-Dumm. Ich meine Liebtum. Harmlos-Dumm. Sind öfters Hund-Dumm. Danke vielmals! Schönen Abend miteinander! Riesstöckli!